Hallo, hier ist der Martin von Money Man Keys, das ist die Dachsannüse für nun Montag, den 29.11.2021 und das Bild hier kennt ihr vom Freitag, das hatten wir für den Freitag. Ich habe es zwischengeschoben, im Nachhinein etwas ärgerlich, denn ein anderes hatte ich vorbereitet und zwar fehlte es noch in unserer Reihe und zwar war das das. Ihr erinnert euch, wir hatten die Bullen zunehmend weiter ins Wasser tiefer und tiefer gegraben. Ich hatte das Bild schon parat liegen, aber es hatte am Freitag einfach nicht gepasst, weil es so ruhig war und der Dachs ja auch nicht noch ein Stück tiefer gewesen ist, sonst hätte ich das reingehakt, dass unsere Bullen hier drohten zu ertrinken und nun ist das das heutige Titelbild. Ja, also zum Freitag gab es ein Gemetzle. Ohne Ende hat es unseren Dachs, aber ja nicht nur den Dachs, es hat er alles sowas von runtergerissen. Egal ob Krypto, Rohstoffe, alles hat es zersägt und richtig nach unten getreten. Wenn wir in den Chart schauen und die Tageskerze hier angucken, dann ist das natürlich ein hässliches Ding ohne Ende. Also, was ist überhaupt passiert? Was ist überhaupt passiert? Es ist einfach irgendwie alles zusammengekommen. Also, ich glaube, mit am verantwortlichsten ist eigentlich dieses klassische, naja, Thanksgiving wird da eh wieder positiv und es ist Feiertag und da wird nicht viel passieren. Ich wurde auch zitiert, richtigerweise, was haben wir im Video für den Freitag gesagt, da werden schon keine Weltwunder passieren und so weiter und so fort. Das heißt, der Markt war einfach auch in dem Moment gar nicht so richtig vorbereitet. Die Marktteilnehmerinstitute waren teilweise gar nicht am Handelsdesk, hatten Freihatten, Brückentag und so weiter und so fort, sodass der Markt hier einfach Überraschungsmomentum ausleben konnte. Und das ab der ersten Minute mit dem Abwärtsgepattet. Die Leute unter Druck gesetzt, der hat Marktteilnehmer unter Druck gesetzt, hat alles unter Druck gesetzt. Ich glaube, der WTI hat einiges an Longs rausgehauen, da werden einige Versorger auch jetzt Probleme kriegen, die sich einfach oberhalb von 80 gegen weiter steigende Energiepreise versucht haben, am Markt abzusichern und nun rund dazu genötigt werden, ihre Position im Verlust zu beenden. Also, das ist natürlich nur nicht förderlich für so eine Situation bei denen. Und in unserem DAX hat es natürlich auch einen ordentlichen Abverkauf gegeben. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, jetzt hier in den letzten Tagen, hier muss eine grüne Kerze kommen und so weiter, sonst rutscht er weiter und wenn er hier drunter geht, dann geht er bestimmt noch auf die 200-Tage-Linie. Natürlich haben wir mit keiner Silbe drüber nachgedacht, dass der DAX mit einer Tageskerze 900 Punkte nach runter rennt. Auch wenn man meint, ich weiß es nicht, ich fand es ein bisschen amüsant, um mich drum herum zu gucken. Man hat so alle Analysen gesehen und alle haben es natürlich genau gewusst und auch genau geschaut und dann guckt man bei denen in die Analysen und da ist überhaupt nichts von drin. Aber so ist es halt auch mit Analysen halt. Also grundsätzlich, das habe ich so nicht erwartet, auch nicht in dem Ausmaß. Hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass wir im Bereich um der 200-Tage-Linie auch diese Trendkante, sowas, das sind technisch absolut hochwertige Niveaus, wo man wirklich den Markt einfach nochmal nach oben aufdrehen kann. So wie der Fall, das hier vorgesehen hat, das hat er ja überhaupt nicht wahrgenommen. Er hat es ja überhaupt nicht angenommen, in keinster Weise irgendwie dort mal Anstalten gemacht, richtig loszugehen. Also wir haben so ein schönes Kerzchen von hier hochgekriegt, als er hier auch reagiert hat. Aber der ist ja dann so noch durch. Also das ist einfach gerissen halt. Die Zone ist gerissen. Das ist ein Foul. Das ist rote Karte, was er da gemacht hat. Er hat eigentlich seinen Ausbruch nach oben, die neuen Allzeithochs, wieder nicht gekauft. Er hat es jetzt wieder als Fehlausbruch nach unten weggetreten. Pullback-Levels, alles zerstört, alles kaputt. Sodass man jetzt hier tatsächlich auch wirklich umstrukturieren muss. Also wir müssen am Chart jetzt hier ein bisschen arbeiten. Wir müssen hier auf Verkeilung gehen, wartet mal, ich muss kurz gucken, dass das Ding drin ist. Das ist drin. Würde jetzt einfach mal hier die Linie noch mit reinnehmen. Weil der Pfeil hier, der hat so jetzt auch keinen Sinn. Den müssen wir hier mal ein bisschen rausnehmen und müssen das mal ein bisschen deformieren. Also grundsätzlich könnte ich mir gut vorstellen, dass unser Dax hier unten nochmal probiert, nach oben aufzudrehen. Und da hat er auch gutes Potenzial zu. Und kann auch locker dann bis in die Kanti erst mal rein, bis an den alten Abwärtstrend. Aber eher vielleicht dann sogar in die 200-Tag-Linie. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, dass wir zum Montag entsprechend auch nochmal ein bisschen tiefer rutschen. Ja, es würde sich ganz gut reinpassen in den Dax. Aber das ist der Bereich, den ich mir jetzt wirklich ganz genau angucken würde. Zwischen dem alten Tief hier, zwischen 14.830 etwa und 14.700. Das wird die wichtigste Zone am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das wird die wichtigste Zone der nächsten Woche. Kann der Dax das nämlich verteidigen oder bleibt beispielsweise jetzt auch auf dem Niveau, drückt sich weiter hoch. Ich nehme den Pfeil jetzt hier mal weg. Nicht um zu vertuschen, dass das nicht geklappt hätte. Das habt ihr alle gesehen, das habt ihr alle mitbekommen. Aber ich brauche den Platz jetzt hier mal kurz. Weil ich würde nämlich schon sagen, wenn der Kerl hier wieder über die 200-Tag-Linie reingeht, auch über das Hoch hier drüber geht, dass wir dann perspektivisch erstmal wieder in das Gap hier oben reinarbeiten. Und würde das dahingehend einfach hier so ein bisschen anpassen, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier drei ganz elementare, sehr klar erkennbare Zonen und Widerstände. Und die sollte man dann entsprechend auch einfach für sich nutzen. Die sollte man einfach berücksichtigen und mit ins eigene Handel einfach übernehmen halt. Indem man hier sagen kann, okay, unten haben wir noch eine Supportzone, die zieht sich von 14.830 auf Tagesebene 14.830 bis 14.700. Das kann sich der Dax gut aufdrehen, gut aufdrehen in die 15.100 rein bis sogar in die 15.400 rein, wo die 200-Tag-Linie ja liegt, dass er da einfach noch ein bisschen rumspielt. Und ansonsten kann man schon sagen, wenn er sich dann wieder über der 200-Tag-Linie etabliert, über der Freitagseröffnung so um 15.600, 15.55, dann hat er darüber Highwaller-Potenzial hier einfach nach oben durchzudrücken und dann auch eben richtig und über mehrere Instanzen, sodass ich dann hier sagen würde, da sollte man ein bisschen aufpassen. Weil, warum sollte man dort aufpassen? Wir haben sowas schon mal gesehen. Am Freitag, ich habe jetzt gesagt, dass einiges, ich habe das so ein bisschen in meinem Satz, glaube ich, gerade aufgehört gehabt, warum der Markt gefallen ist. Ich habe jetzt nur gesagt, dass er die Leute halt einfach alle überrascht hat, na klar. Aber da kam auch vieles zusammen. Also in China hat es ein bisschen gebrodelt, in der Ukraine war plötzlich wieder mit Russland ein Thema gewesen. Die Chinesen haben irgendwo Kriegsschiffe in Richtung Australien und hier und dort. Und da hat es gerummelt und mit den USA wieder ein bisschen rumgestritten und zusätzlich nochmal neue Corona-Variante und so weiter und so fort. Und da kam relativ vieles jetzt am Freitag aufeinander, was hier einfach für Verstimmung gesorgt hat. Und das zusammen hat einfach dazu geführt, dass unser DAX sich nach unten richtig entladen hat. Und genau da kam ich jetzt gerade her. Das haben wir ja schon einmal gesehen. Das hatten wir ja im November letzten Jahres auch schon mal. Da muss ich bloß ein bisschen hier mal kurz was wegräumen. Das hatten wir im November letzten Jahres auch schon mal, als der DAX hier unten stand. Wartet mal, kriege ich das hier auch noch raus. Schwupp. So, das hatten wir im November letzten Jahres auch schon mal. Im Rahmen der US-Wahl gab es auch so einen Lockdown, quasi einen neuen Lockdown in Deutschland. Da hat es uns auch nochmal so ein paar Tage richtig nach unten gerissen. Dann kam die US-Wahl, hat alles hier rausgeschlagen. Dann gab es hier oben diese Impfstoffkerze und dann ist der Markt massiv rausgestiegen. So, das heißt, wir befinden uns jetzt quasi in dem Überraschungsmoment, was wir beim letzten Mal hier unten in dieser Woche hatten, in diesen drei Tagen hatten und haben eigentlich gefühlt das an einem Tag jetzt abgespult von der Bewegungsspanne, wie wir es im November damals hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass am Montag dementsprechend hier noch ein kleiner Schlag kommt, aber dann muss man halt auch echt aufpassen, dass das nicht wieder bloß sowas wird. So ein Hoch, die Welt geht unter Hoch, neue Corona-Variante hoch. Das wird ja negativ für die Wirtschaft sein. Alle Katastrophen, alle gehen nach Hause, keine Arbeit mehr, alle werden entlassen und so weiter. Und der Markt dreht sich aber einfach nur wieder nach oben und macht neue Hochs. Und deswegen diese vielen Pfeile, diese Verkettung auch. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wenn der Markt sich in dem Bereich stark nach oben wieder auftritt, muss man davon ausgehen, dass es sich wieder wiederholt. Dass es wieder in die Richtung geht und der Markt einfach eine fette Bewegung nach oben rauszündet. Mir ist wichtig, dass ihr versteht, dass ich euch nicht motivieren will, gegen fette, rote Kerzen jetzt long zu gehen. Das ist nicht meine Intention und das meine ich auch nicht mit dem, was ich gesagt habe. Das ist dann eine Fehlinterpretation von dem, was ich gesagt habe. Aber wenn er sich hier auftritt, wenn er anfängt jetzt nach diesem Überraschungsmoment grüne Tageskerzen zu bauen, dann sollte man sich darauf einstellen, dass es gegebenenfalls eben nicht nur ein kleiner Rücklauf wird, sondern er einfach wieder im V auskontert und dann eben auch neue hochstellt. Und die können dann durchaus in die 16.775, in die 17.225 rein. Das ist ganz wichtig. Hält er das nicht, bleibt er auf roten Kerzen, kann man unter Gott nicht immer noch weiter shorten. Wir haben seit November das erste Mal wieder einen Tagesschluss unter der 200-Taglinie. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wir haben auch gefühlt gerade, alle Analysen, die jetzt für die kommende Woche kommen, die sprechen von Zielen unterhalb von, keine Ahnung, unterhalb von 10.000. Also ein bisschen da auch den Ball vielleicht flach halten, untergeordnet versuchen, sich ein bisschen auf die Bewegung einzustimmen und haltet euch offen für beide Varianten. Versucht wirklich mit dem mitzuschwimmen, was jetzt hier einfach kommt. Das heißt, bleibt der Rot unter Druck, bleiben die roten Kerzen mit richtig Dampf. Dann lassen wir ihn erst mal noch runter in die 14.800, 14.700, stellen uns hier auf deutliche Umkehrabsichten ein, dass er hier auch richtig reißt nach oben. Das würde ich schon erwarten. Brichte das dann nach unten, haben wir entsprechend auch gut ein paar Meter noch Platz. Aber das möchte ich dann eben auch erst mal sehen. Und so negativ, wie gleich wieder die ganze Presse und die Analysen sind, wird es richtig wundern, wenn der erst mal wieder nach oben anläuft. Dann gucken wir uns die Erholung ganz genau an. Gucken uns an, wird das ein V, dreht er wieder ab und so weiter und so fort. Weil geht der hier über 200-Tage-Linie wieder zurück, über 15.600. Ich glaube, dann macht der hier wieder ein V dahinter. Ob man das will oder nicht und ob es zu den Nachrichten passt oder nicht, das ist dem Markt einfach scheißegal. Der macht halt das, was er macht. Und das ist dann so. Und wir gehen dann da mit und stecken deswegen einfach die Zonen ab. Und Zonen abstecken können wir hier sehr, 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 sehr präzise zwischen 14.830 und 14.700. 14.830 und 14.700 ist unten. 15.100 ist hier diese Kante. 15.400 bis 15.450 sind die 200-Tage-Linie. Und dann hier ab 15.600 ist er aus dem Gröbsten wieder raus. Und die Zonen, die würde ich jetzt einfach mit reinnehmen. Die würde ich mir untergeordnet mit angucken. Würde versuchen, auch darauf zu achten. Wie bewegen sich die Stunden jetzt? Wie läuft er hier? Wie bewegt er sich? Was will er noch machen? Um dann entsprechend einfach da noch Platz mit einzuplanen. So, das heißt, ich würde untergeordnet hier jetzt einfach mal noch eine Art Short-Trigger mitnehmen. Dass wir sagen, okay, wenn der weiter unten unterarbeitet, geht das bestimmt noch in die 8.30. Eher vielleicht sogar in die 7.50 rein. 7.50 ist hier unten. Das passt dann damit ganz gut. Sollte man Erholung kriegen, wird die wahrscheinlich oben reingehen in die Bereiche hier um. Ja, also eigentlich müsste hier schon zucken. Im Kleinen. Müsste hier schon zucken. Im Kleinen. Und drüber hätte er dann hier nochmal an der Eröffnungszone einen guten Widerstand an alles da drüber. Das wird dann schon wieder positiv. Das nehmen wir weg da oben. Das nehmen wir weg da oben. Das ziehen wir mal hier rein. Das setzen wir da oben rauf. Und dann ist das doch ganz stimmig. Gut. Dann soll es das erste Mal soweit von meiner Seite sein. Wie gesagt, öffnet euch dafür für beide Seiten. Legt euch nicht zu sehr fest. Handelt nicht nur eure Meinung. Sowas geht in der Regel bei solcher Volatilität einfach schief. Das ist einfach so. Ich muss mich auf beides einstellen und muss gucken, wo bewegt sich der Markt. Sehe ich nur so rote Kerzen wie hier. Dann habe ich ein Short-Gewicht zu suchen. Dann habe ich Short zu handeln als Trader. Sehe ich nur grüne Kerzen, die hier kommen. Dann habe ich da nicht nur Short zu handeln, sondern muss ich eben auch zum Long greifen. Ganz egal, wie ich die wirtschaftliche Situation einschätze, ganz egal, wie ich das sehe, muss versuchen, mit dem Markt mit zu handeln. Weil der kann, so wie er runtergekommen ist, eben auch entsprechend wieder hoch. Und deswegen würde ich da wirklich genauer hingucken. Stellt euch darauf ein, dass es nicht so wird wie am Freitag. Am Freitag war Überraschungsmomentum da. Am Freitag waren die Leute nicht darauf vorbereitet. Das ist eine andere Situation wie jetzt am Montag, wo jeder wahrscheinlich am Montag erst mal eine Absicherung reinknallen wird ins Depot. Da wird der Markt eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Bewegungsstruktur aufweisen. Also man muss schon, bereitet euch einfach ein bisschen auf den Montag vor und passt die Erwartungshaltung da entsprechend an. Deswegen, ich glaube, wir sind ganz gut bedient, wenn wir in dem Bereich ein bisschen aufpassen, wenn wir vielleicht in den Rückläufen auch ein bisschen genauer hingucken und holen uns dann dort einfach die Punkte. Ansonsten übergeordnet ist es klar nach unten angerissen. Aber ich möchte ganz, ich möchte sehen, dass die Zone bricht. Solange die nicht bricht, kaufe ich dem hier nichts ab. Im Zweifel verarscht er bloß wieder die ganzen Leute und zieht sich hier wieder nach oben in den V zurück. Da will ich wirklich erst sehen, dass der hier unten raus ist. Dann kaufe ich ihm das auch ab, dass er hier wirklich eine richtig fette Umkehr reinsetzen will. Und auch die wird natürlich dann erstmal Rückläufe kriegen und so weiter und so fort. Aber das gucken wir uns an. Solange der hier ist, passt ihn ein bisschen auf, wenn der grüne Tageskatzen jetzt reinkommt. Das ist mir wirklich ganz, ganz, ganz wichtig mitzugeben, dass man jetzt nicht in Panik verfällt und dann die Chart-Situation ignoriert, wenn er dann doch wieder auftritt. Das ist wichtig. Gut, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Heute ein bisschen ausführlicher, aber wie gesagt, viel passiert am Freitag. Das haben, denke ich, auch, das haben, das hat keiner auf dem Radar gehabt in dem Ausmaß. Hat keiner mit dem 100-Punkte-Tag am Freitag nach unten gerechnet. Auch die, die sich damit rühmen, dass sie sagen, ja, ja, wir haben doch gesagt, Kochentur kommt und so, dass das keiner erwartet. Das kann mir keiner erzählen, dass er gedacht hat, dass er Stand Donnerstag gesagt hat, dass am Freitag 900 Punkte nach unten kommt. Das hat einfach jeden überrumpelt. Und dann entstehen auch nur solche Kerzen. Das braucht eine gewisse, das braucht einfach ein gewisses Überraschungsmomentum. Von daher, also, wir haben hier weiterhin keine grüne Tageskerzengrüne. Das ist wichtig, auch im Rückblick auf die letzten Tage. Wir hatten hier oben dieses Umkehrsignal immer wieder betont, wenn der grünen auftritt. Wenn der grünen auftritt, kann man dann Longs probieren und so weiter. Das ist noch nicht. Aber wir halten das ein bisschen im Blick, solange wie auch hier Rot noch dominant ist, auch untergeordnet auf Stundenebene, wirklich Short besser geeignet wie Long. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Habt ihr mehr Wahrscheinlichkeit dann drauf. Gut, dann mache ich zu und wünsche euch viel Erfolg am Montag. gutes Gelingen und im Zweifel halt einfach einen Schritt zur Seite ein bisschen machen lassen, ein bisschen beobachten, Ruhe reinkommen lassen und nicht irgendwie verleiten lassen, was machen zu müssen. Das ist ganz gefährlich im Trading, wenn man dann einfach nur reagiert, emotional reagiert, panisch wird vielleicht doch und sowas. Das hilft einem nicht, das bringt auch nichts. Gut, okay, dann machen wir hier zu. Viel Erfolg und bis morgen. Tschüss. Danke, 충분. Vielen Dank.